Ein herzliches Hallo von mir an euch. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir haben hier ein leuchtendes Totem. Ich habe nämlich mal aufgezerrte Hoffnung eingesteckt. Ich versuche die einfach mal alle zu verletzen, wenn sie sich schon so anbieten. Ich habe nämlich Thanataphobie dabei. Dann geht das alles ein bisschen langsamer mit den Generatoren. Wow. Es ist auch jemand hinten am Maprand langgerannt. Das habe ich gesehen. Aber wir hängen jetzt die Map auf. Und dann gucken wir weiter. Ich habe ein Add-on drauf. Dass ich im verschleierten Zustand den Fortschritt von Generatoren sehe. Und dort gehen wir jetzt hin. Wow. Wie dumm. Ich werde nicht tunneln. Das gehört sich nicht. Wolltest du, wolltest du, wolltest du, wolltest du das? Wolltest du das? Gut. Egal. Wir hängen David auf. Gehen jetzt hier an seinen Generator. Wenn er nicht angeht. Wenn er nicht angeht. So. Wir könnten natürlich auch hier hinten die Generatoren angehen lassen. Und wir fokussieren uns auf die da hinten. Könnten wir rein theoretisch tun. Okay. Cool. Danke für den Tausch. Schade. Aufgezerrt. Doch. Wir müssen weg. Aber es wäre jetzt eh schwierig geworden. Dafür haben wir schon zu viele... Zu wenig Haken gemacht. Ich glaube, er wird... Ernst? Er hat keinen Strike. Weil wir haben keine Obsession. So. Dann kontrollieren wir gleich mal den Generator hier hinten. Yui ist hinter den Baum gegangen. So. Dann haben wir Yui. Was? Wieso... Suiciden die sich immer so... Ich meine, danke für die Hooks, aber... Bringt euch doch nix, Leute. Dort hinten, der wird bald angehen. Der Generator. Aber es ist okay. Hier packen wir Pop drauf. Hier sind Spuren. Hier sind Spuren. Hier geht halt nicht durchs Fenster. Sie passt auf. David ist hier auch irgendwo. Ich höre ihn doch. Gut. Gut. Der hat hart. Guckst du nach hinten. Und ich... Ich bin erschrocken, Mac. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, indem du da um die Ecke kommst. Ich hab fast daneben geschlagen. Mensch. Okay, ich war überfordert. Ich hab nicht damit gerechnet, dass hier zwei Leute langkommen. Ich hab halt direkt einfach mal gar keinen geschlagen. Doof. David wird noch hier irgendwo sein. Ich will auch gar nicht tunneln, Leute. Ich nehm jetzt die rote Mac. Oder auch nicht. Warum verziehe ich denn immer den Schlag so? Ich bin halt ein richtiger Anfänger. Hier hat sie halt richtig gut... Oh, sie rennt weiter. Du kannst ruhig zu dem Generator gehen. Also... Kann den keiner machen. Hinten ist die andere Mac gewesen. Die lief hinter der Scheune lang. Das könnte halt demnächst der nächste Generator angehen. Ich hab nicht geguckt, wie weit die dort hinten auf der anderen Seite waren. Der hier ist komplett unter. Der im Feld ist verarbeitet. Dann gehen wir dorthin. Und hauen Popgust und Weasel drauf. Ich bin verhüllt, Kupfermünster. Ey, du bist echt ein Pro, bist du. Ich muss erst den Generator treten. Hier ist die Mac auch noch die Verletzte. Ist sie wieder an ihrem Fenster hier? Die ist halt frech, ne? Die heilt sich nicht hoch. Und geht an den Generator. Ich müsste mich eigentlich verdecken. Damit ich schneller bin. Der Hit war auch gemein, muss ich sagen. Ich an ihrer Stelle wäre jetzt ausgerastet. Und hätte gefragt, was das soll. Ich war schon längst durchs Fenster durch. Da hinten, oder? Der hier ist noch gepoppt. Da war keiner dran. Da ist jemand weggelaufen. Ich frage es nur, in welche Ecke. Ah. Ich bin post. Da ist noch nicht wirklich jemand hier durch das Gebäude gelaufen. Na, das ist ja jetzt doof, oder? Ich bin ein bisschen... Haben die was an der Maus-Sensibilität geändert? Ich habe das Gefühl, ich gucke mich um und euch wird schlecht beim Zugucken. Mir wird selber fast schon schlecht. Ähm. Irgendwie komisch. Hier war mal jemand dran. Okay. Okay. Generatoren sind alle safe für den Moment. Jetzt müssen wir nur noch David und Yui finden irgendwo. Aha. Danke für den Hinweis mit den Kratzspuren. Ist hängengeblieben, oder? Oh, es tut mir leid. Bisschen. Ich bin ja kein... Ne, ich bin zwar der Killer. Oh, er kämpft schon gar nicht mehr. Aber ich bin ja nun auch nicht so böse. Oh, er kämpft schon gar nicht mehr. Luke oder Yui? Hat Yui die Luke schon? Ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich es. Gut. Sie könnte es rausschaffen. Die Ausgänge... Ich kann sie nicht so gut einsehen. Wenn sie clever ist, geht sie durchs Feld und nicht hier hinten rum. Ja, sie ist schon dort dran. Ich habe ich nicht mehr... Und weg ist sie. Tschüss, Yui! Ja. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner Runde als Geist. Äh, wo ist denn meine Waffe? Hat man nicht in dem Bildschirm am Ende seine Waffe in der Hand? Ja. Ja. Komisch. Ja. Ja. Das war meine Runde DVD zum Sonntag. Ich schaue mal, ob ich nächste Woche es schaffe, den Todesboten aufzunehmen. Den Killer hattet ihr euch als nächstes gewünscht auf dem Discord in der Abstimmung. Äh, ich schaue mal, ob ich es schaffe. Ich verabschiede mich aber erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen tollen Rest Sonntag. Bleibt gesund. Und wir sehen uns am Dienstag mit einer neuen Folge DVD. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.